Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von SchafTV. Ich bin die Sarah von Schaf Production und in dieser Folge werde ich eine neue Seite in meinem kleinen Sketchbook gestalten, quasi meiner Ideensammlung fürs Stempeln. Und dieses Mal soll es auch ein bisschen abstrakter oder freier, nenne ich es mal, werden, denn ich möchte einfach das komplette Papier gestalten mit nur einem Stempelmotiv. Dieses Stempelmotiv habe ich ab und an schon mal ähnlich gestaltet, aber ich dachte mir, im Sketchbook probiere ich mal noch eine neue Sache aus und am Ende wirst du sehen, die ist wirklich richtig, richtig cool. Aber als allererstes schnappe ich mir mal meinen Stempel und die von mir gewählte Stempelfarbe für dieses Projekt und fange mal an zu stempeln. Ich habe mir hier, da ich die ganze Seite gestalten möchte, erst einmal die linke Seite abgeklebt und zwar, damit ich da nicht drüber stempele. Das habe ich noch mit einem Blatt Papier erweitert, denn falls ich doch mal mehr als das Washi-Tape überstempeln sollte, so ist auch das dann geschützt. Und auch unter die andere Seite habe ich mir ein Blatt Papier gelegt, das wenn ich überstempel, dann nicht den Buchrand zum Beispiel mit einfärbe. So ist die Seite komplett eingepackt und es kann wirklich eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich würde dir empfehlen, wenn du nur mit einem Stempelmotiv arbeitest, dieses immer mal zu drehen, mal von links, von rechts, von oben, von unten abzustempeln, so dass man da nicht so eine Gleichmäßigkeit reinbekommt, sondern das wirklich schön durcheinander und willkürlich wirkt. Damit das Ganze jetzt aber noch etwas aufgelockert wird, habe ich mir noch das Stempelmotiv Farbsplatter klein ausgewählt und werde dieses jetzt in die Zwischenräume, die da noch so vorhanden sind, zumindest die größeren, dazwischen stempeln. Das mache ich mit zwei verschiedenen Farben. Zum einen habe ich mir da von VersaMagic das Ted Straw gewählt und zum anderen von VersaCraft das Autumn Leaf. Das setze ich einfach jetzt dahin, wo ich finde, dass es noch gut passt und die größeren Zwischenräume dann insgesamt auffüllt. So, und nun komme ich aber mal zu dem besonderen Highlight dieser Seite, denn ich möchte gerne die ineinander laufenden Motive noch folieren. Das heißt, mit einer Transferfolie überziehen. Das mache ich mit Hilfe von dem Sakura Quickie Clue, das ist eine Art Klebestift, und wähle mir nun willkürlich einfach Zwischenräume, die gut dafür passen, aus und male sie aus. Da muss man natürlich gut gucken, denn der Klebestift ist durchsichtig, sodass man auch wirklich immer eine gute Fläche findet und das auch nicht zu naheliegend ist und schaue einfach, dass ich das jetzt so nacheinander über die ganze Seite gut verteilt ausmale. Wichtig ist an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass es super, super wichtig ist, dass der Stift lange genug trocknet. Wenn er noch etwas feucht ist und noch nicht richtig getrocknet ist, dann passiert es nämlich, dass die Transferfolie, naja, sehr unschön aussieht oder zum Teil gar nicht daran haftet und man nicht dieses schöne Ergebnis bekommt. Das habe ich natürlich hier in meinem Video rausgeschnitten, damit du nicht warten musst, aber achte da am besten drauf. Nun habe ich mich hier passend zu der Stempelfarbe für die Farbe Kupfer entschieden und übertrage diese auf das Papier. Dafür lege ich einfach die Folie auf. Wichtig ist, dass die Farbe dich dabei anschaut, denn die soll ja später auch oben quasi durchscheinen. Und du sie einfach mit dem Daumen so etwas von der Folie abrubbelst, sodass sich das dann richtig schön überträgt. Und fertig ist die Seite. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt und ob du vielleicht findest, dass man damit nicht nur eine Seite im Sketchbook gestalten kann, sondern vielleicht auch mal was anderes Kreatives damit umsetzen kann, was dann vielleicht auch zu verschenken ist. Erzähl mir deine Meinung also super gerne in den Kommentaren. Und im Anschluss verlinke ich dir nochmal ein Video. Da habe ich auch schon mal mit Transferfolie gearbeitet, aber der Effekt ist am Ende doch ein anderer.